Wir haben jetzt ein bisschen verhofft und die Führung von Cash & Princess geht zu vierten vor der Cash & Princess, die Führung von Sarri an dritter Stelle, Urania an vierter Stelle. Ist das Xenia vorneweg nach wie vor Cash & Princess, Cash & Princess von Ross & Ross & Sarri, dann ist die Führung von Sarri, dann ist die Führung von Sarri, gleich werden wir wissen, ob meine Durchsage stimmt. Tatsache ist, dass wir Lauf 27 vorbereiten mit Razzle Dazzle Lola, mit Zoe vom Märchenland, mit Never Go Dawn und Waldfee vom Monarchen. Auch bereitstellen für Lauf 27 an.